Sakramel ist ein stark cooles Auto. Grüezi miteinander! Sie wollten sich schon immer wie ein Rennfahrer fühlen? Dann sind Sie mit dem BMW M4 Competition Goldrichtung. 510 PS, 6-Zylinder-Beiturber-Benzinmotor. Kommen Sie vorbei, gehen die Probe sitzen, gehen die Probe fahren natürlich auch, sowie den Auto bestellen. Bald gibt es dann auch ein Saalrad. Wir freuen uns auf eurem Besuch. Wie immer, euer Angelo Michelin. Das Video ist mir schon zu lange gegangen. Ich muss jetzt wieder weiterfahren. Bis bald, wir sehen uns auf Wiedersehen.